Im letzten Partykeller Video hatten wir ja schon einen Kühlschrank in die Ecke gestellt und jetzt wollen wir über den Kühlschrank in diese leere Ecke auch noch eine Theke bauen. Dazu haben wir erstmal ein Untergerüst gebaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sorry, I bet you that I can't forget I love your big dreams over my world Don't sound how happy Why do I, baby Why do I Love the way you are Wait come what you do Why do I, baby Why do I Never touch your lips and love the feeling Why do I, baby Why do I Love the way you are Wait come what you do Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nachdem jetzt das Grundgelust fertig ist, muss als nächstes die Tischplatte zugeschnitten werden. Weil in die Ecke ein Kühlschrank kommen soll, habe ich jetzt in die Platte ein Loch für ein Entlüftungsgitter reingesägt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's mit dem Video, wir hoffen es hat euch gefallen, wenn ja dann lasst doch ein Like oder ein Abo da und guckt beim nächsten Mal wieder vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017